Dazu passt noch ein Faktum. Während die österreichischen Arbeiter und Angestellten sich im Schnitt mit rund 3% Lohnerhöhung, brutto wohlgemerkt, abfinden müssen, habe ich dieser Tage in einer Tageszeitung lesen müssen, die ATX-Konzerne gönnen ihren Managern eine Gagenerhöhung um durchschnittlich 16,9%. Dabei sind die milliardenschweren Ausschüttungen an diese Konzerne in Form der Dividende noch gar nicht mitberücksichtigt. Und in der Steiermark? Genossen, Freunde, seit 2005 höre ich im Landtag den selben eingefrorenen Posthornton. Wir müssen sparen, damit die Schulden sinken. Wie schaut es aus? 2004, 2005 sind wir in den Landtag eingezogen. Da haben die Schulen ca. 500 Millionen Euro betragen. Stand 2018 4,5 Milliarden Euro. Trotz Einsparungen minus 25% bei den Leistungen für die Behinderten. Weniger Schulen durch die Schulschließungen. Zurückfahren der Infrastruktur durch die Zwangsfusion der Gemeinden. Trotz Verschlechterungen bei der Wohnunterstützung. Trotz, trotz, trotz. Das heißt, Einsparungen hat es gegeben, aber die Schulen sind gestehen. Warum ist das so, liebe Genossinnen und Genossen? Das ist so, weil der Blick nur auf die Ausgaben und nicht auf die Einnahmen gerichtet wird. Weil an der verkehrten Umverteilungspolitik von unten nach oben nicht gerüttelt wird. Nirgends. Nicht in der Steiermark, nicht in Österreich, nicht in der Europäischen Union. Liebe Genossinnen und Genossen, vor, ja es war vor fünf Jahren, 2014, habe ich hier an dieser Stelle davor gewarnt, vor der Unternehmerforderung, nach der Einführung des 12-Stunden-Arbeitstages. In der Zwischenzeit haben wir ihn, ist der Realität geworden. Frei nach dem Motto, mehr arbeiten, bei weniger Lohn. Industrielle, Konzernchefs, Unternehmer können freilich jubeln. Bei einer Bundesregierung, in der die reaktionärsten Teile der ÖVP den Ton angehen. Was wir brauchen, liebe Genossinnen und Genossen, wäre eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Gehaltsausgleich. Aber bei vollem Lohn- und Gehaltsausgleich bekommen haben wir das Gegenteil. Auch in der Steiermark. Sicher, bei uns steigen die, zeigt die Zahl der unselbstständig Beschäftigten stetig an. Da wird von dem Beschäftigungswunder Steiermark gesprochen. Aber gleichzeitig stagniert die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden. Was heißt das? Das heißt, wir haben nicht eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Wir haben eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnverlust. Weil immer mehr Menschen in diesem Land unfreiwillig, wohlgemerkt, Teilzeit und geringfügig beschäftigt sind. Liebe Genossinnen und Genossen, wir Kommunistinnen und Kommunisten zeigen vor Ort in den Kommunen, im Land, dass es anders gehen kann, dass man sich nicht den vermeintlichen Sachzwängen beugen muss. Wir mobilisieren die Betroffenen und erzeugen dadurch Gegenmacht und Gegendruck. So haben wir der Landesregierung abgedrotzt, dass sie einige Verschlechterungen der Wohnunterstützung zurücknehmen musste. Wir haben unlängst bei einer Volksbefragung durch unsere Unterstützung erreicht, dass der Landesregierung bei ihrem Spital-Kallschlag in die Parade gefahren wurde und ihr die rote Karte gezeigt wurde. Liebe Genossinnen und Genossen, wir versprechen euch, wir werden weiter dafür kämpfen, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst beispielsweise, vor allem außerhalb von Graz, nicht verschlechtert wird. Und wir werden weiter dafür kämpfen, dass die Landesregierung effektive Maßnahmen ergreifen muss, damit den Bezieherinnen und Beziehern der neuen ungerechten Sozialhilfe wenigstens für sie so notwendige Wohnunterstützung weiter ausbezahlt werden kann. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde. Dort, wo die Sozialdemokratie nicht unmittelbar an dieser verkehrten Umverteilungspolitik beteiligt ist, stellt sie trotzdem keine wirkliche Alternative dar. Die SPÖ plakatiert dieser Tage und fragt uns Menschen oder Konzerne. Freilich nicht ohne gleich hinzuzufügen, na wir meinen ja nicht unsere heimischen Player, es geht ja nur um Amazon und Facebook. Ich sage Klima zu VW, Wesely und Ederer zu Siemens, Franitzki von der Bank Austria. Genossinnen und Genossen, wer glaubt mit dieser Sozialdemokratie auch nur ansatzweise einen effektiven Widerstand gegen Konzernmacht entwickeln zu können, der hat schon verloren. Genossinnen und Genossen, einerseits vorzugehen, hinter den Arbeitern und Angestellten zu stehen, andererseits sich fest am Boden der neoliberalen und von der EU einzementierten Wände zu bewegen, diese Quadratur des Kreises ist nicht zu schaffen. Und dieser Widerspruch zeigt sich fast bei jeder Landtagssitzung. Die SPÖ trommelt gegen den 12-Stunden-Arbeitstag. Ein Antrag der KPÖ im Landtag dazu abgelehnt. Die SPÖ tritt angeblich für eine Streichung der Mehrwertsteuer auf Mieten ein. Ein KPÖ-Antrag dazu abgelehnt. Ein KPÖ-Antrag dazu abgelehnt. Die SPÖ trommelt und will angeblich einen ordentlichen gesetzlichen Mindestlohn einführen. Ein KPÖ-Antrag dazu im Landtag abgelehnt. Genossinnen und Genossen, glaubt irgendjemand wirklich, dass nur eine Stärkung dieser SPÖ bei der kommenden Landtagswahl wirklich Schlimmeres verhindern kann? Ich sage euch, wir haben es ja bereits einmal erlebt. Wer Woves gewählt hat, hat Schützenhöfer bekommen. Wer Woves gewählt hat, hat Schützenhöfer bekommen. Das waren die Realitäten vor fast fünf Jahren. Liebe Genossinnen und Genossen, versuchen wir auch an diesem Tag ein wenig über den Tellerrand zu blicken. Schauen wir nach Frankreich. Hier hat sich eine breite antimonopolistische Bewegung gegen die vier Freiheiten der EU gebildet, die ins Mark dieser vier Freiheiten zielt. Die Forderungen der Gelbwesten sind auch unsere. Schluss mit Steuerprivilegien für die Großkonzerne. Die Gelbwesten sagen, große Konzerne sollen großes Geld zahlen, kleine Unternehmen kleines Geld. Eine ordentliche Arbeitslosenunterstützung, ordentlicher Mindestlohn, von dem man leben kann. Schluss mit den Standortverlagerungen der Industrie. Schluss mit der Entsendung von Arbeitern zum Zweck des Lohndumpings. Genossinnen und Genossen, der unlängst verstorbene österreichische Literat Michael Amon hat es vor einigen Monaten auf den Punkt gebracht, in einem Kommentar in einer österreichischen Tageszeitung. Er hat gesagt, die vier Freiheiten der EU sind in Wahrheit die Freiheit der Konzerne zu tun, was sie wollen. Das zerstört die europäischen Sozialsysteme, ist ökologisch schädlich und ökonomisch falsch. Genau. Hinzuzufügen wäre, eine EU ohne bedingungslosen Kapitalverkehr, eine EU ohne bedingungslosen freien Waren- und Güterverkehr, eine EU ohne bedingungslose Arbeitnehmerfreizügigkeit, eine EU ohne bedingungslose Dienstleistungsfreiheit gibt es nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Was für die SPÖ gilt, gilt auch für den Ökonomen Stefan Schulmeister. Er will nicht begreifen, dass der neoliberale Bauplan in der EU fest einzementiert ist. Wer wirklichen Fortschritt will, wird diesen Bauplan sprengen müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Einen anderen Weg zum Fortschritt wird es nicht geben. Ich habe früher gesagt, vor einigen Worten, wir sollten gerade am 1. Mai unseren Blick auch über den Tellerrand hinausrichten. Und ich habe Frankreich erwähnt und die Bewegung der Gelbwesten. Aber schauen wir auch nach Großbritannien. Hier soll den britischen Arbeitern, geht es nach den Vorstellungen der City of London und deren Agitatoren, gerade der Brexit gestohlen werden. Und deswegen sind wir solidarisch mit der linken Full-Brexit-Bewegung. Waren es doch gerade breite Arbeiterschichten, die mit ihrem Leave-Votum gegen diese vier Freiheiten protestiert haben. Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, wie heißt es in unserem Landesprogramm? Nicht die Auflösung des Nationalstaates steht auf der Tagesordnung, sondern seine Umwandlung in einen progressiven Sozialstaat als erster Schritt zum Sozialismus. Leider, leider, liebe Genossinnen und Genossen, verstehen das auch immer mehr Kreise in der Linken nicht. Ich möchte Hans-Georg Bandelt zitieren, einen Aktivisten der deutschen Aufbruchbewegung, der dieser Tage ein Bändchen herausgebracht hat und dieses Dilemma auf den Punkt bringt. Gestattet mir, dass ich einige Zeilen vorlese. Es hat sich die Aufmerksamkeit von der sozialen Konfliktachse auf eine Querschiene verlagert, die von Kosmopolitismus, mehr Europa, offenen Grenzen und des verallgemeinerten postmodernen Lebensstils handelt. Dort, nicht auf der sozioökonomischen Achse, findet derzeit Polarisierung statt. Und es war ja gerade das Aufgeben des Klassenstandpunktes, der Kollektivität als Kerne linker Bewegung, die den Aufstieg rechter Kräfte in Europa, ja ich möchte fast sagen, weltweit erst möglich gemacht haben. Liebe Genossinnen und Genossen, wie heißt es so schön im kommunistischen Manifest so schön und so treffend. Obgleich nicht dem Inhalt, so ist der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. Genau. Und das heißt proletarischer Internationalismus und nicht seinen Rollerkoffer von einem Flughafen zum nächsten zu schienen. Proletarischer Internationalismus bedeutet die Bewegung der Arbeiterklasse, ihre Kämpfe in den jeweiligen Nationalstaaten zu vernetzen, voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen. Das meint proletarischer Internationalismus. Und diesem proletarischen Internationalismus ist der heutige Feiertag gewidmet. Hoch der internationale Kampftag der Arbeiterklasse, es lebe der erste Mai. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.